adcontroller.rendeik atile 8 Stuttgart, deutsche Presseagentur, minus der VfB Stuttgart muss auch für den Fall eines erneuten Abstiegs laut Vorstandschef Alexander Wehle keine Zukunftssorgen haben. Die Planungen laufen seit den letzten Wochen zweigleisig. Es ist unsere Pflicht beide Szenarien abzubilden. Eins ist klar wir sind in beiden Szenarien absolut wettbewerbsfähig, sagte der neue Klubchef des schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Samstag, Dem TV-Sender Sky.Wehle hat beim VfB die Nachfolge von Thomas Hitzelsperger übernommen. Die Partie der Stuttgarter bei Arminia Bielefeld war am Samstag offiziell seine erste auf dem neuen Posten. Natürlich ist es eine Herzensangelegenheit. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt wir haben die Chance richtig was aufzubauen mit einem neuen Team, sagte der 47-Jährige. Der Klub müsse alles dafür tun in der Bundesliga wettbewerbsfähig zu sein, forderte Wehle.Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 220402 99 770 3643.